Ich bin Dominik Kuber, ich bin lizenzierter Personal Trainer, Ernährungsberater und Adipositas Trainer, mache das seit einem halben Jahr hauptberuflich. Mein Ziel ist es, mit den Kunden zusammen ihren Weg zu gehen und mit ihnen ihr Ziel zu erreichen. Ich bin Julie, ich komme eigentlich aus Göttingen, mache gerade meinen Master berufsbegleitend in digitalen Medien und Online Marketing und habe einfach gemerkt, ich brauche einen Ausgleich zu dem ganzen Unikram, zu der Arbeit noch und habe mich deswegen entschieden, nur ein bisschen Fitness zu machen. Mein persönliches Ziel ist, dass ich mich wieder wohler fühle in meinem Körper, dass mein Körper wieder straffer wird, ich abnehme und dass ich einfach auch fitter werde. Als ich das erste Mal Dominik gesehen habe und wir unseren ersten Termin hatte, konnte ich eigentlich alles erzählen, was ich wollte, wo meine Problemstellen sind, was meine Wünsche sind, worauf ich sogar mehr achten möchte und er ist da super eingegangen. Also er hat mir viele Fragen gestellt und meinte so, hey, okay, wir schaffen das zusammen und das fand ich super. Meine Motivation ist dabei, durch meine eigene Erfahrung des Abnehmens und Änderung meines Lebensstils, ist es für mich besonders wichtig, das anderen einfach weiterzugeben, diese Motivation, diesen Ansporn, zu sehen, dass man es schaffen kann, auch wenn es schwierig ist. Was mich ganz besonders macht, ist zum einen, wenn ich mit meinen Kunden trainiere, versuche ich erstens immer eine Abwechslung reinzubringen. Versuche auch immer schon im Erstgespräch herauszufinden, was ihre Ziele sind und versuche da auch schon so eine Verbindung aufzubauen, dass sie sich einfach wohlfühlen und sicher finden und wissen, okay, ich kann mich dem anvertrauen mit meinem Problem, ich weiß, okay, dem ging es mal genauso und weiß einfach, wie es ist. Beides ist für jeden nicht leicht, manche Menschen, hatte ich schon gehört von Kunden, die konnten sich wirklich schwer öffnen und wenn dann dieses Vertrauen da ist und der weiß, okay, dem ging es genauso, er hat dasselbe durchgemacht, dann ist es für die Kunden, sage ich mal, leichter, da reinzukommen und das macht mich so ein bisschen besonders. Also ganz besonders gefällt mir im Training mit Dominik, dass er auf mich eingeht, dass er nicht so super drillig ist und sagt, du musst jetzt die Übung durchmachen, sondern er achtet eher darauf, dass sie gut gemacht wird und wir machen lieber eine Übung weniger als zu viel und er treibt mich an meine Grenzen, aber nicht mit dem Bestimmungston, sondern immer mit dem Lächeln und es immer für jeden Flachse haben. Zudem arbeite ich im Ernährungsbereich mit einer selbst erstellten Tabelle, die ich allen Kunden, die zu mir kommen und Ernährungsberatung möchten, vorstelle, das heißt, es wird dokumentiert, das Ziel, der Anfang, es wird alles gemessen, Körperumfang, Hautfalten werden gemessen, es wird alles dokumentiert und dann in einem Rahmen von sechs bis acht Wochen, wie der Kunde es möchte, nochmal gemessen. Ich bin zu Dominik gegangen, weil er der Erste war, der wirklich auf meine Wünsche eingegangen ist, auch gerade bei der Ernährung, ich konnte ganz offen mit ihm darüber sprechen, ich habe da ein Problem, ich frühstücke nicht, ich esse so viel Süßes und er war nicht so, dass er gesagt hat, oh mein Gott, das darfst du gar nicht mehr machen, er hat keine No-Go's, er hat gesagt, mach das mit Maßen, nicht in Massen und das hat mich sehr inspiriert bei ihm und Trainingspläne werden individuell angepasst, er geht auf einen ein und das gefällt mir sehr gut. Ich biete Personal Training, Ernährungsberatung und Adipositas Training an, bin für meine Kunden 24-7 erreichbar, das heißt, wenn sie Fragen haben zu Ernährung, darf ich das essen oder muss ich da was beachten, können sie mich anschreiben. Auch bei Trainingsfragen, wie ging die Übung nochmal oder darf ich das und das machen, sage ich immer, schreibt mich an, keine Scheu, weil es gibt keine dummen Fragen. Ich würde Dominik auf alle Fälle weiterempfehlen und wahrscheinlich eher an die Personen, die nicht so sich selbst dazu aufraffen können, wirklich kontinuierlich Sport zu machen, weil er ist super zu motivieren und dass man immer wieder sich mit ihm trifft und auch immer wieder schreiben kann, hey, ich habe da jetzt gerade das Problem, wie geht die Übung nochmal, unterstützt einen sehr stark und das ist einfach perfekt. Durch meine eigene Erfahrung, die ich während dieser Zeit gemacht habe, möchte ich Menschen, die gerade dasselbe durchmachen, unterstützen und möchte, dass diese Menschen zu mir kommen. Wenn du dich nach diesem Video angesprochen fühlst, du denkst, du möchtest deinen Lebensstil ändern, die Ernährung umstellen, abnehmen oder generell einfach fitter werden im Leben, dann schreib mir, texte mir, ruf mich an auf Instagram, Facebook oder per E-Mail und ich würde mich freuen, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich würde mich freuen, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich würde mich freuen, mit dir zusammenzuarbeiten.